16 Punkte mehr hat Wasmeier durch das bessere Zucht-Wertschätz-Verfahren gewonnen. Der beste Wendlingersohn, der sogar Fleischwert hat, wurde züchterisch bisher nicht genutzt. Es ist also an der Zeit, dies zu tun. Eine Top-Fitness, tolles Exterieur, die Eutergesundheit und die Abstammung machen Wasmeier breit einsetzbar. Seine nachhaltige Kuhlinie sorgt dafür, dass Wasmeier mit 127 in der Nutzungsdauer aufwarten kann.